Herriette, ich möchte dich etwas fragen, aber ich bitte dich, sag mir die Wahrheit. Also was ist der wahre Grund, dass du uns verlassen möchtest? Hat Mary dich beleidigt? Sie hat gar nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr hierbleiben kann. Du liebst sie ja nicht, Pierre. Aber sie ist meine Frau, Herriette. Und eine sehr unglückliche Frau. Das mag sein, aber sie ist selber schuld daran. Ich sehe, wie einsam du hier lebst. Du bist auch nicht glücklich, Pierre. Kein Mensch ist in diesem Haus glücklich. Niemand. Niemand außer Eva. Außer Eva? Pierre, ich bin hier völlig überflüssig. Ich wollte eine Rückkehr aus Washington schon gar nicht mehr abwarten. Ich bin nur geblieben, weil ich dachte, du brauchst mich. Aber ich kann nicht mehr so leben. Wie kannst du nicht leben? Was nimmst du denn Eva weg, wenn du mir nur einmal, einmal... Einmal? Wenn ich... Wenn du mir doch einmal nur... ...sagen würdest, dass du dich nach mir sehnst, dass du mich liebst. Ich liebe dich, Pierre. Ich habe dich geliebt, als du zum ersten Mal durch die Tür reingekommen bist, Herriette. Du bist mir zu schade für Heimlichkeiten. Ich bin nicht glücklich. Ich bin Gott. Ich bin лишь glücklich. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Vielen Dank.